Jo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu FIHR. Wir haben uns hier letztes Mal durchgekämpft und irgendwie in diesem Raum sind Gegner. Aber wir wissen noch nicht genau wie viele und von wo sie überall kommen. Sie sind schon mal sehr vorsichtig. Es hört sich nach der Waffe an die ich hier habe. Und hier? Ok. Interessant. Ich würde hier scheinbar mit dieser Waffe rumgelaufen. Ok. Kann ich mit leben. Jo, 35. Das ist ein dickes Magazin. Hm. Garnacken, wie schön. Und ne Schutzweste. Sollte man nicht vergessen sowas. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja. 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 Hier sind wir jetzt. Total runtergekommen. Zu Hightech. Zu Hightech. Hm. Von Hightech. Ich bin wirklich gar nicht so schrecklich. Kann ich mit leben. sehr viele medikits und eine schrotflinte, natürlich, weil man ja auch unbedingt schrotflinten braucht da geht keiner, schade langsam vermisse ich wieder fast gegner wenn ich auch unterfall bin ich 100 pro tot also die beiden sind es auf jeden fall also würde ich jetzt mal behaupten, dass die tot sind kann mich auch irren sie scheinen aber nicht mehr zu reagieren also ich werde zumindest nicht angegriffen oder angeschossen hallo gut sichtbarer nicht unsichtbarer das klang bescheuert aber egal erstmal Taschenlampe ausmachen schade, wieso komme ich jetzt in Gebiete wo ich keine Munition nachtanken kann das ist doch fies soll ich die im Nahkampf machen oder was da weiß ich dann aber nicht, ob ich das unbeschadet machen kann ich finde auch, dass es relativ gut gelaufen hat ich meine, wir haben ein bisschen daneben geschossen, aber wir haben keinen Schaden genommen est du losז样 woher du das ist d 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 Danke. Oh ne, das ist doch meine eigene. Verklickt. Brutal verklickt. Naja. Ja, neun Schaden und ein bisschen noch Verrüstung. Ich würde sagen, passt. Das ändert mich wieder sehr stark an den Start. Ganz zu Anfang waren wir auch in derartigen Lagerhallen unterwegs. Ich habe aber keine Ahnung, in welche Richtung wir müssen. Hier liegen mir zwei Shield Medifacts rum, ich nehme eins. Für neun Schaden. Gelohnt hat sich das schon mal nicht, das Pidipack. Aber wir hätten sie ja sonst, wie gesagt, rumliegen lassen müssen. Hier ist sonst nichts anderes. Keine Munition, nichts zu holen. Dann müssen wir los. Dann weiter. Na, zehn Minuten haben wir auch noch. Ah, gut. Jetzt, wo sie gegen so eine riesigen Kampfroboter kämpfen, müssen wir auch mit dem Kopf verdammt vorrein geraten. Wait. Wir machen erstmal so. Dann so. Fast. Nein. Ich will das Ding nicht werfen. Ich will die Munition weg sein. So, ja, gut. Ich bin jetzt nicht gerade super passend, aber... Ach Gott, noch einer davor. Da hab ich ja richtig nerven auf. Ein bisschen weniger Nebel wäre cool. So, damit hätten wir aufgeräumt, offiziell. Und auch 5 Schuss für unsere gute Waffe verbraucht. Von denen 2 daneben gingen. Was eigentlich schon ziemlich schlechte Trefferrate ist. Aber dafür haben wir auch schon nutzlose Granaten verbraucht. Oder verhältnismäßig nutzlose Granaten. Die ich, glaube ich, in keiner anderen Situation jetzt einsetzen könnte. Ich hätte das gerne weiter mit diesen Näherungsminen geregelt. Aber man kann ja nicht alles haben. Das können wir mal wieder nicht nachladen. Das ist ja klar. So, schnell speichern. Hi. Okay, mach mich. Okay, mach mich. Hier. Jetzt nicht wieder schmerzen haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist mal eine harte Sicherheitskamera. Sie funktioniert, obwohl man drauf geschossen hat. Mit einer Vollautomatik. Gewährmäßig. Protator. Okay. Wir haben jetzt hier alle Waffen nachgefüllt, die es gibt. Also, alle normalen, ne? Ja, das waren wir eben. No firearms or weapons. So, ich habe mich da umgestoßen. Ah, die nicht wieder einen. Fünf Minuten. Man könnte jetzt auch davon ausgehen, dass hier gleich was den Aufzug hochkommt. Ich meine, wir haben gerade Leben nachgefüllt bekommen. Wir haben Waffen nachgefüllt bekommen. Zumindest die normalen. Und es ist ein riesiger großer Raum mit nichts drin. Ja. Ja. Ja, was sollen wir dazu noch wo sagen, ne? Health Upgrade, danke. Oder es ist Level End. Das kann auch sein. Dass wir jetzt einen neuen Abschnitt kommen. Würde beides passen. Auskampf, Szenario oder... Naja, Abschnitt. Hm, wir entfernen uns langsam von dem Feuer. Ist okay. Haha, ich bin der Tür voll im Weg. Also die Hallos werden auf jeden Fall unangenehmer. In Level Ende. Wir sollen immer noch die beiden retten und Paxton Faddle eliminieren. Ja. Oh nein. All right. All right. Ich meine, muss das sein? Haben wir jetzt wirklich wieder Deckengeschütze? Können wir nicht sagen, lass das, das bringt eh nichts, aber meh. Ich meine, ja, schön, das Erste hat mir jetzt ein bisschen Rüstung und Leben abgezogen, aber meh. Es sind einfach keine lustigen Gegner, es sind nicht mehr interessante Gegner. Es sind, ich speichere, wenn ich sie sehe und bade neu, wenn ich was falsch mache, Gegner. Damit ich mit möglichst wenig Munition, sondern ohne Lebensverbrauch an ihnen vorbeikomme. So. Jetzt wüsste ich gerne wenigstens in welche Richtung ich muss. Und außerdem wüsste ich gerne, warum die eine Waffe jetzt eine Predator gedroppt hat und die andere nicht. Oder Penetrator, was auch immer. Ja, ja. Und all so Sachen. Naja, insofern mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.